einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen in der neuen folge von scarf ich habe selber wissen rumsuchen müssen wo es weitergeht und bin dann zum entschluss gekommen kann ich euch zeigen dass der weg geht hier durch ich habe sicher etwa 25 minuten lang gesucht oder geguckt wo es weitergeht bis ich dann gemerkt habe ich bin immer nur hier durch aber hier wollte ich ja ganz am anfang schon durchgehen es dann aber nicht gemacht und das wäre glaube ich der weg weiter als jetzt hier bin ich noch nicht gegangen den rest müssen wir rausfinden das machen wir heute denke aber schon dass wir hier in den dritten kollegen oder was auch immer befreien werden guck mal hier ist wieder so ein spielzeug kommt immer mit zwei von fünf pro gebiet gibt es fünf von den dingern versteckt musst du wahrscheinlich finden um platin hinzukriegen in dem spiel und daher ein thema für mich absolut kein thema für mich da unten keine ahnung wir gehen einfach weiter immer nur weiter gehen die gehen runter okay so und jetzt ah hier mit der liane wunderbar braver junge dann nochmal springen und zack na komm das war verdammt knapp aber wir haben es geschafft ich frage mich wo das jetzt überall hingeht da können wir hin gleiten das ist ob wir es was haben wir hier noch so schönes ich denke hier muss ich auch durch gleiten ja guck mal komplett neues gebiet da hinten wir gleiten ruhig noch ein bisschen weiter ah und das ist der letzte von den kollegen okay müssen wir wieder fünf dinge einsammeln also fünf siegel einsammeln was will der hase hier bist du ein apfel nee will er nicht er stellt sich tot nee er hat ihn gegessen ist er tot bist du noch ein guck mal hier dann mach mal was so blödes ding ja dann halt nicht mein schal wartet da vorne ah ich gebe jetzt jedem hasen einen apfel dann sind die alle glücklich vielleicht gibt es ja einen erfolg man weiß es nicht wäre doch cool so stell mal hier hin das ding ich krieg's den dann hier noch und der letzte bitte schön schlag zu immer noch kein erfolg er läpp mich doch im arsch ah weil da vorne noch mehr sind ach herrje okay ja dann die essen gerade beide davon okay bitteschön jetzt noch einen weiteren hasen oder so nee vielleicht will ja trotzdem einer von denen nochmal essen bitteschön nee die machen nix okay na dann was ist das oh da kommen mehr Äpfel raus und hier kann ich bowling spielen bowling die Lernepartie bowling ja wir gehen erstmal weiter ich hoffe da komme ich rüber ah ja ja locker ich unterschätze den Gleiter immer so das Wasser muss ich irgendwie weg machen aha ich irgendwie ja mit ja dann mach weg die Grütze das ist nur die Frage wo geht's durch oder gibt's nur einen Weg respektive führen alle zum gleichen Ziel hm hier ist auf jeden Fall ein Hebel das Gefühl das hat jetzt gerade gar nichts gebracht kann das sein ähm es ist wieder irgend so ein Rätsel was ich nicht checke schön hier ach kann er nicht mal groß was probieren das ist das Problem nützt es überhaupt was ist die Frage ich tendiere zur Antwort nein ja was zum Teufel muss ich denn hier machen warte hier geht's auch weiter nach unten aha wo bin ich denn jetzt hier noch eine Etage tiefer guck mal vielleicht zieht das Ding mal hier drin ah und jetzt ist das Wasser weg okay ah jetzt checke ich's okay die beiden Menschen halten das Bär die beiden Hasen pressen die Äpfel und die Krähe sitzt auf der Maske ja jetzt jetzt macht auch alles Sinn dann müssen wir alles nochmal ändern so er kommt ganz nach drüben geht es nicht weiter scheinbar nicht ah warte mal muss ich die Plattform zurückholen dann macht auch alles Sinn oh mein Gott ey kann sich aber auch anstellen hier oh dann hier die beiden Hasen das Problem ist das hier muss man eigentlich noch drehen aber mal gucken ob es funktioniert ah ne es hat funktioniert okay und das erste Siegel cool nehmen mal mit das gute Stück und wir gehen wieder alles zurück spaßig komm schon okay da sind wir draußen dann kannst du das jetzt fallen lassen und wir suchen mal weiter oh noch ne Maske okay dann gucken wir doch im nächsten Part was hier damit machen ich sage danke fürs Zuschauen habt einen schönen Tag macht's gut tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal